Das ist Volta. Volta entwickelt für die Kunden seiner Firma leistungselektronische Systeme. Dies können Frequenzumrichter, DC-DC-Wandler oder andere Leistungswandler sein. Zentrale Komponenten in seinen Schaltungen sind Induktivitäten und Transformatoren. Damit er seinem Lieferanten mitteilen kann, was genau benötigt wird, muss Volta eine Spezifikation schreiben. Das ist jedoch nicht immer so einfach, denn es gibt eine Vielzahl von zu berücksichtigenden Parametern, wie zum Beispiel Betriebspunkte, Kühlsituation, Einbaubedingungen oder Normen. Parallel möchte Volta dem Lieferanten aber auch einiges an Freiraum bei der Auslegung lassen. Er hofft, dass dieser seine Stärken dadurch gezielter einsetzen kann und am Ende ein günstigeres und besseres Produkt herauskommt. Noch schwieriger wird es, wenn Volta sich in einer Vorentwicklungsphase befindet. Um die optimale Systemkonfiguration herauszufinden, möchte er verschiedene Szenarien miteinander vergleichen. Jedes dieser Szenarien mit Daten vom Lieferanten zu füllen, kostet Volta viel Zeit und Kraft. Wenn dann erste Muster geliefert werden, sind diese oft nicht das, was er sich eigentlich gewünscht hatte. Volta muss seine Änderungen zusammenfassen und diese dem Lieferanten mitteilen. Doch selbst folgende Prototypen entsprechen nicht den Erwartungen. Bis zur fertigen Serie kommt es zu zeitaufwendigen, mehrmaligen Schleifen von Änderungswünschen und Mustern. Dieses konventionelle und stetige Hin und Her muss nicht sein. Unsere Lösung ist das Block Co-Creation Center, bestehend aus einem interdisziplinären Experten-Team. Volta meldet sich bei Block, sobald er ein neues, leistungselektronisches System entwickeln möchte und erste Fragen zu den Induktivitäten und Transformatoren bei ihm aufkommt. Er bekommt direkt den Kontakt zu einem unserer kompetenten Projektleiter. Im gemeinsamen Gespräch wird deutlich, was Volta aktuell wirklich helfen würde. In einer Vorprojektphase könnten dies beispielsweise Fallstudien über den Einfluss der Taktfrequenz auf Baugröße und Kosten des Transformators sein. Danach können erste digitale Zwillinge in Schaltungssimulatoren wie Plex oder Simplora oder 3D-Modelle zur thermischen Simulation ausgetauscht werden. Parallel werden bereits funktionale Prototypen zeitnah gefertigt. Die genaue Spezifikation für die folgende Produktserie entsteht so ganz nebenbei. Insgesamt kommt Volta viel schneller zum Ziel und hat ein deutlich optimierteres System mit niedrigsten Kosten entwickelt. Block Co-Creation Center Wir entwickeln die perfekte Lösung für Ihr System.